so wir haben es endlich geschafft leute erstmal hallöchen jetzt kriegen wir es endlich mal hin dass wir jemanden angreifen danach machen wir den bogencheck ich habe auch nicht die fettesten truppen dabei vollkommen egal ich greife den migg jetzt an weil er hat einmal hashtag nur der ksc und dann wiederum einen anderen klaren anderen namen noch migg 2.0 so ja viel sagen dazu kann ich jetzt nicht weil ich jetzt gleich angreifen werde jetzt muss ich bloß mal gucken wo halt so der der hauptaugenmerk sage ich mal dran ist ich würde mal fast sagen ich gehe direkt einfach mal so rein die truppen dafür sind nicht definitiv nicht die richtigen aber so ist das halt gucken wir mal was wir in der cb haben und dann schauen wir mal weil wie gesagt klar da hätte man jetzt schön andere truppen ausbilden können ja aber zeit und so war ist ja mal so eine sache und ich bin ja froh dass überhaupt geklappt hat mit dem angreifen das sah die ganze zeit nicht so aus nachdem es mit dem klaren glitsch so lief so also townhall sollte ganz ganz easy peasy weggehen aber man muss halt eben auch dazu sagen guckt euch die helden an ich meine das ist natürlich klar also für die base sage ich mal sind die helden natürlich auch ganz schön op auf jeden fall so jetzt lassen wir mal unsere queen dann auch wieder raus die kommt nämlich sonst nicht wieder raus und ärgert sich dann ganz doll soviel dazu ja ich meine mit den kubis kann ich hier jetzt nicht wirklich was rufen ich würde am liebsten gerne nochmal truppen an ausbilden ich habe wenigstens die 50 prozent hin gekriegt hier wie gesagt da waren die truppen natürlich jetzt nicht der knüller so das soll reichen und zwar gucken wir uns den jetzt mal an besuchen jetzt ist noch mal umgestellt die sah gerade ganz anders aus ok also mehr schwierigkeiten kann man ja in einem bogencheck nicht haben definitiv nicht ansonsten nee dann würde ich mal fast sagen noch ein fight nee nochmal besuchen und zwar das ist richtig cool mit den mit den riesenbomben dass man halt denkt ach naja hier passiert ja gar nichts hier passiert ja gar nichts und dann sind alle truppen drinnen bam geht die riesenbombe hoch richtig cool xbows auf 3 richtig nice king auf 16 ist ok queen schläft wird gebaut schon auf 18 und geht auf 19 richtig nice auf jeden fall minenwerfer sind gut versteckt vor den beziehungsweise hinter den archer towers bogenschützen türmen und das geht auf jeden fall klar helden drinnen ist in ordnung luftabwehr ist nicht zu weit außen kann aber guckt mal kann schön alles abdecken richtig richtig schön das passt auf jeden fall die mauern sind vollkommen in ordnung hier noch den rest hier auf 9 hoch ziehen und dann passt das und dann ist das eine richtig schöne 9er base base layout technisch wie gesagt kann ich gar nichts dran meckern das passt auf jeden fall gehen wir mal nochmal rein ich hoffe dass jetzt das neue base layout ne ist immer noch das alte base layout egal dann gucken wir mal ob wir das eventuell ein bisschen besser hinbekommen aber die truppen sind kack mit den 98 kubis ist blöd mein ziel ist es jetzt auch das dunkle zu bekommen ja genau sollte man natürlich auch mal irgendwas wählen zack 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 ich guck mal was hatten wir in der cb ja ok ja doch das ist doch schon mal nett hier nochmal ein rage nochmal irgendwas zur ablenkung hier queen noch nicht für die queen möchte ich erstmal hier schön clearn ja dass der king raus ja genau ich würde schon sagen dass der king raus läuft ist jetzt auch nicht so prall so jetzt sollte die queen auch reinlaufen auf jeden fall hier nochmal ein rage rein ja 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 der kommt da schon mal ganz dicht in die in den bereich rein wo es interessant wird für fürs dunkle komm ah schade es ist noch die eine mauer die mich hier noch richtig abfuckt schade die queen macht auch nichts mehr klar ah ärgerlich ich hätte es so gern gehabt aber naja wieder 15 sogar noch ein bisschen schlechter aber ärgerlich schade so ist das halt aber so muss man sich das vorstellen wie gesagt beim nächsten mal auf jeden fall mal mit besseren Truppen dass das grundsätzlich besser klappt und dann läuft das jetzt gucke ich mal hier haue ich nochmal ein real fight raus hier ganz genau dafür sind natürlich dann die 98 kobis richtig nice sind wir mal ehrlich und genau das suche ich ja halt gerade und warum gibt es die zusammenstellung warum jetzt kein queen walk ganz klar weil ich halt nicht die spells ausbilden kann und dann sitze ich ja am ende da und habe keine spells womit ich halt die heiler ragen kann und stehe dann da und habe verloren das bringt es gar nicht joo schön leer gemacht wie gesagt vom fight her nicht doll ganz klar jetzt müssen wir mal gucken dass wir hier irgendwie noch zumindest die 30 prozent machen weil klar einfach nur rathaus weg snacken würde auch nichts bringen so zack 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 gucken wir mal dass wir das hier halbwegs in trockene tücher bekommen ich gehe trotzdem von der seite ach egal komm hier so schnell muss ich nicht wieder angreifen dann schenken wir ihm halt wirklich noch das schild weil das stimmt schon dann wollen wir den loot für die anderen auch noch erhalten da habt ihr schon vollkommen recht das ist schon wirklich so man sitzt sonst da schade man greift jemanden an der hätte richtig was am start gehabt und nur weil er das schild nicht hatte gab es nichts das wäre schade echt das stimmt somit hat er seine 39 kassiert und hat ein schild bekommen haben wir ihm geschenkt ich würde gerne noch mal kurz im global gucken ob irgendjemand gucken wir mal ob hier irgendein low level dabei ist wo ich mich mal kurz reinschmuggeln kann der eventuell mal ein paar gute truppen kriegen darf ja das das wäre doch schon mal was das wäre doch schon mal was die kuh ist da sehr geiler name musst du erstmal auf die idee kommen schau rein sind im aufbau ja komm hier komm offen für alle gucken wir mal rein hier wird gemacht und die sind auch ganz schön aktiv hier also das für so ein gerade anfangs ding hier läuft das ich würde hier sogar noch mal ein bisschen was gemmen mal gucken was was geht was da ist ja komm hier dann dann hauen wir mal ich würde ich würde mal sagen mit 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 loons kann er richtig gut was anfangen würde ich jetzt mal sagen ich würde ihm jetzt einfach mal 4 loons geben 1 2 3 4 bam und 1 2 3 4 weil sind wir ehrlich oh er ist sogar anführer volley ist anführer weil wenn man natürlich so eine base hat ist natürlich klar dass man natürlich noch nicht so weit ist und dann kommt man natürlich mit den loons richtig gut weit da bin ich mal gespannt ob er denen dann teilt weil das wäre mal richtig geil dass man wirklich mal sieht ey hier komm mit den loons hat es halt so und so viel gebracht das wäre richtig geil ansonsten hier schön symmetrisch aufgebaut ein bisschen sehr ja flächenschaden lastig in dem bereich aber ist natürlich cool dass die magiatürme nicht so weit draußen stehen also von daher ist es schon in ordnung und hier natürlich das dunkle rausgestellt das hätte ich nicht gemacht muss ich ganz ehrlich sagen weil du hast effektiv also das wird jetzt wieder so zu so einem kleinen Bogencheck den der Wolli ja eigentlich gar nicht wollte garantiert aber wenn man natürlich da sitzt man hat den King auf 1 man will den natürlich auf 5 bringen mit dem Rathaus 7 ganz klar aber was passiert wenn ich natürlich das Elixier draußen zu stehen habe dann wird das natürlich richtig schwierig auf jeden Fall und das hier mit den Kanonen gefällt mir richtig gut richtig nice mit den mit den Luftabwehren hier ein bisschen weit außen aber klar Level 7 Rathaus Level 7 was will man da mehr da hat man nicht so viel Mauern also von daher passt das das ist gar keine gar kein Problem sage ich jetzt mal Sprungfallen passen aber wie gesagt hier mit den Armeelagern dichter ran die können noch richtig schön die Base defenden richtig schön kann man schwieriger ran ist definitiv eine coole Sache definitiv wenn man die richtig schön ran bringt so gucken wir mal und wie gesagt ich hoffe mal dass er sich über die über die Loons freut also ich hätte mich damals gefreut wenn man da sitzt und dann einfach mal einer ankommt und dann oh 6er Loons ja läuft bei mir also das ist schon richtig geil ja genau genau angreifen wie gesagt ich habe nicht alle Truppen ich habe die Clantruppen auch nicht drin aber schauen wir mal ja das ist geil das ist schon richtig cool wie man jetzt gucken muss wie macht man das wie macht man das weil wie gesagt die Truppen selber sind ja jetzt auch nicht äh die fettesten und ich habe ja wie gesagt auch nicht alle Truppen dabei die Helden reißen natürlich wie gesagt mega was rein klar ähm hier hier so dass ich halt wirklich alle Compartments hier durchknacke und dann einmal richtig Gas gebe und jetzt greife haaaah scheiße ich jetzt gehe ich gegen meine eigenen Loons Schüsse richtig für den Hintern da muss ich mal gucken dass ich die an einer Stelle nochmal äh halt durchziehe und äh mir die zur Brust nehme wenn die hier jetzt lang fliegen hier dass ich die noch schön weg eckse ja das geht ganz gut jetzt muss ich gucken hier dass ich mit den Goblins hier noch so ein bisschen Terror mache ja geil die die äh Bogis haben das gut geklärt hier das ist ganz nice so schauen wir mal hier noch ein paar Mauerbrecherchen rein dass ich halt wirklich ähm nicht mit irgendwelchen Mauern Probleme kriege also wegen den Mauern dann irgendwie da ich meine wirklich damit braucht man sich nicht brüsten dass man hier jetzt irgendwie äh eine 7er Base geknackt hat äh das ist ganz klar aber es hat natürlich Fun gemacht das ist natürlich echt geil sowas äh nicht dieses Standard mäßige sondern einfach ah gut okay passt so viel Loot so viel Loot okay du musst bleiben glaube ich gerne aber ich habe dann doch schon noch andere Sachen zu tun aber wie gesagt ist natürlich echt cool dass man einfach sagen kann gut okay komm hier ähm ich ich haue hier einfach nochmal ein paar Truppen raus das ist das ist cool das macht Spaß und das ist halt irgendwo auch COC meiner Meinung nach das ist dieser dieser Lifestyle dass man einfach sagt gut okay komm hier das gefällt mir eben auch wirklich beim 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 Heiko so krass beim beim gnadenlos COC das ist einfach wirklich so ich 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 kriege jeden Tag fast kriege ich irgendwie eine Sprachnachricht von ihm ey hier und und er freut sich immer wieder wie ein cooler Keks äh das ist äh ja vielleicht mal wieder ein CW oder sowas dass ich mit dabei bin das finde ich einfach richtig cool die die Einstellung ist einfach mega geil und dann passt das so das ist auch komisch er fragt mich bist du YouTuber und dann sagt er wiederum ich habe schon Videos von ganz viele Videos von dir gesehen ist ein bisschen komisch aber egal jetzt gucken wir mal was haben wir noch kurz zum Ende des Videos hier was haben wir noch was wir noch upgraden können wie gesagt ich muss ja daran denken in meinem Brain muss es drinnen abgespeichert sein dass ich ja halt wie gesagt relativ also ich kann keine Helden upgraden für den CW weil ich ja noch ein CW mache und alles andere ist eigentlich vollkommen Banane ich könnte eventuell die Mauern noch upgraden würde mir aber auch nicht viel bringen weil im CW ist es Banane also da die Einsammauern das stört in meinen Augen nicht das ist nicht weiter wild für den komme ich ein bisschen zu spät hätte ich ein bisschen früher heraus machen können dann wäre er schon auf 2 gewesen aber das passt das soll es erstmal wieder gewesen sein und wie gesagt einfach so eine Sache nein 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 stop 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 und zwar vielen vielen Dank an alle die mir Bilder zugeschickt haben und das finde ich echt megageil zum Beispiel und zwar kopiere ich die euch mal hier nochmal kurz rein in den ja nebenbei können wir nochmal kurz angreifen Und zwar wollte ich euch einfach noch mal die bilder von den abonnenten schicken die gemacht wurden Und zwar hatte ich ja gesagt hier macht mal eure jetzt gehe ich mal von hier rein Macht mal eure bilder zum zum thema coc oder clash royale was auch immer whatever Und ja das haben manche gemacht und die will ich dann natürlich auch zeigen also ich meine das wäre ein bisschen doof ihr macht euch die arbeit Wirklich speziell hervorheben möchte ich dann doch gerne Berserker Weil von dem drachen war ich mega geflasht der sah richtig richtig nice aus muss man jetzt echt mal sagen Muss man einfach mal wirklich so bringen und das hat mir richtig gut gefallen Und Daniel Daniel hat die bogey queen richtig richtig nice gemacht Also wenn man da dann noch mit dem rechner mal rüber geht sage ich jetzt mal Und das zeichnerisch beziehungsweise die kanten und sowas noch ein bisschen besser hinbekommt Dann ist das richtig nice also das wäre dann schon so wo man sagen kann ey cool Das kannst du auch mal nicht nur im thumbnail bringen sondern auch im kanal banner oder sowas Also das fand ich schon richtig cool Wie gesagt wenn ihr sowas habt per insta per facebook oder was auch immer haut die einfach raus Und dann freuen sich vielleicht auch noch mehrere da dran also das ist das ist schon ziemlich geile sache Wie gesagt die schicke ich beziehungsweise packe ich euch jetzt noch rein Und dann soll es das erstmal gewesen sein viel spaß damit ich hoffe ihr hattet spaß haut mal rein Ciao ciao